Die Zapatistische Maritime Delegation Esquadron 421 ist bei ihrer Europareise inzwischen in Madrid angekommen. Es handelt sich um Indigene aus Mexiko, die in einer Art von Rete-Republiken leben und sich für den Erhalt der Natur einsetzen. Es sind sogenannte Widerstandskämpfer. Hier zitiere ich aus dem langen Redebeitrag am 13. August in Madrid. Das gesamte System ist konfruiert, um die Passform der Normalität aufzuzwingen. Wenn wir Frauen sind, sollen wir es gemäß der Passform der Männer sein. Wenn wir anders sind, sollen wir es entsprechend der Paktform der Heterosexuellen sein. Nun gut, das System ist eine gigantische und brutale Klinik, die Anormalität heilt. Eine Maschine, die das andere, das Differente angreift, isoliert und liquidiert. Derart machen sie uns zu schaffen, Tag und Nacht, indem sie uns bändigen wollen, versuchen uns zu domestizieren. Und wir, nun ja, wir leisten Widerstand. Das gesamte Leben und Generation widerständig rebellierend, neinsagend, zur Aufzwingung, ja rufend zum Leben. Das ist nicht neu, das stimmt. Wir könnten uns fünf Jahrhunderte zurückversetzen und da wäre die gleiche Geschichte. Und das Lächerliche von all dem ist, diejenigen, die uns jetzt unterdrücken, streben danach, die Rolle unserer, in Anführungsstrichen, Befreier zu übernehmen. Trotz all dem, etwas ist anders. Denn der Schmerz der Erde, der Natur hat sich ebenfalls mit unserem verbunden. Und hier können wir einverstanden sein oder nicht, können wir sagen, das stimmt nicht. Die Pandemien werden enden, die Katastrophen werden stoppen. Die Welt und unser Leben in der Welt wird wieder so sein wie zuvor. Auch wenn dieses zuvor Schmerz, Zerstörung, Ungerechtigkeit bedeutete und bedeutet. Wir Poeplos-Zapatistas denken, nein, nicht nur, es wird nicht wieder wie zuvor, sondern es wird sogar schlimmer werden. Die Zapatisten-Gemeinen benennen den Verantwortlichen für dieses Übel. Wir nennen ihn Kapitalismus. Und wir sagen auch, nur mit der vollständigen Zerstörung dieses Systems wird es möglich sein, dass jeder und jede gemäß seines Modus, Kalenders und Geografie etwas anderes wird errichten müssen. Nicht etwas Perfektes, sondern etwas Besseres. Und dem, was aufgebaut wird, diese neuen Beziehungen zwischen dem Menschen und zur Menschheit und der Natur, wird jede den Namen geben, der ihr gefällt. Und wir wissen, es wird nicht leicht sein. Das ist es nicht mehr. Und wir wissen gut, wir werden es nicht allein können. Jede in ihrem Bruchteil kämpfen gegen den Kopf der Hydra, der sie gerade traf. Währenddessen das Herz des Ungeheuers sich erneuert und noch mehr ausweitet. Und vor allem wissen wir, wir werden dieses Morgen nicht erblicken, an dem die Beste am Ende brennen und sich verzehren wird, bis von ihr lediglich eine schlechte Erinnerung zurückbleibt. Wir wissen jedoch auch, wir werden unseren Teil tun, auch wenn er klein sein mag, auch wenn ihn kommende Generationen vergessen werden. Als Kommunida des Zapatistas, die wir sind, sehen wir Anzeichen. Aber vielleicht irren wir uns als Poeblos, die wir sind. Ihr wisst ja, sie sagen, wir seien Ignoranten, Zurückgebliebene, Konservative, Fortschrittsgegner, Prämoderne, Barbaren, Unzivilisierte, Unpassende und Ungebührliche. Vielleicht ist dem so. Vielleicht sind wir zurückgeblieben, weil wir als Frauen, die wir sind, oder als andere spazieren gehen können, ohne Angst zu haben, angegriffen, vergewaltigt, zerstückelt, verschwunden gemacht zu werden. Vielleicht sind wir gegen den Fortschritt, da wir gegen die Megaprojekte opponieren, die die Natur und uns als Poeblos zerstören. Und die an die folgenden Generationen den Tod weitergeben. Vielleicht sind wir gegen die Moderne, da wir uns aus einem Zug, einer Schnellstraße, einem Staudamm, einem Heizkraftwerk, einem Einkaufszentrum, einem Flughafen, einer Bergbauinitiative, einem Giftbülllager, der Zerstörung eines Waldes, der Kontaminierung von Flüssen und Seen, dem Kult der fossilen Brennstoffe entgegenstellen. Vielleicht sind wir Zurückgebliebenen, denn wir würdigen das Land, die Erde, anstatt das Geld. Vielleicht sind wir Barbaren, da wir unsere Lebensmittel selbst anbauen, denn wir arbeiten, um zu leben und nicht, um Bezahlung zu erhalten. Vielleicht sind wir Unpassende und Ungebührliche, da wir uns als Poeblos, die wir sind, selbst regieren. Denn wir sehen die Arbeit der Regierung lediglich als eine zusätzliche Arbeit, als die Gemeindemitglieder, die wir erfüllen müssen. Vielleicht sind wir Rebellinnen, da wir uns nicht verkaufen, nicht ergeben, nicht nachgeben. Vielleicht sind wir all das, was sie von uns sagen. Ben Teremus und Shakiala. So, liebe Leute, wir machen weiter. Es gibt jetzt wieder Musik, es gibt eine längere Pause und dann geht's weiter.